Wir befinden uns heute hier beim Außerwegerhof. Das ist ein schöner Hof am Ortseingang von Mittertal, im schönen Antholzertal. Ganz wichtig war da im Architekt Gutwenger Thomas, die Struktur und die Dachformen so bleibt, wie es eigentlich ursprünglich vorgesehen war. Und das ist ein charakteristisches Bild vom Hof weiterhin beibehält. Ich bin Zingerle Alexander, Juniorchef der Zingerle Bonifaz GmbH. Unser Betrieb liegt hier im Hintergrund. Der Betrieb ist 1980 von meinem Vater gegründet worden. Mittlerweile haben wir sieben Angestellte. Die größten Herausforderungen beim Objekt waren auf jeden Fall einmal die Dachneigungen. Wie man sieht, es ist ziemlich steil. Die größte Herausforderung waren die Entwässerungen von den dahinterliegenden Terrassen, was durchs Dach aufs Dach geleitet worden ist. Die größten Vorteile von der DS19 waren vor allem das Gewicht, weil es in der Bauphase ist kein Baukram mehr gestanden. Somit kann man das händisch immer aufs Dach bringen. Es ist durbensicher, wie man sieht. Mittlerweile ist das Wetter nicht mehr so wie früher. Es spielt verrückt. Die Winde werden stärker, der Schnee kommt mehr. Deswegen ist das für mich ein wunderschönes Produkt für diese Objekte. Präpha – stark wie ein Stier. You Untertitelung des ZDF, 2020